Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hat am Abend seinen 80. Geburtstag in Berlin nachgefeiert. Zur Feier ins Adlon kamen alte Weggefährten wie der FDP-Vize Wolfgang Kubicki, Linken-Politiker Gregor Gysi oder der frühere Außenminister Sigmar Gabriel. Vor dem Eingang protestierten mehrere Demonstranten gegen den Ex-Bundeskanzler, weil Schröder trotz des Angriffs auf die Ukraine an der Freundschaft mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin festhält. Untertitelung des ZDF für funk, 2017